Eine Stunde zu spät. Hoffentlich ist er schon weg. Gott, bin ich fertig. Verdammt, er ist noch da. Den hätte ich niemals angesprochen. Was für eine schickimicki Bar. Ich verstehe kein Wort. Ich werde einfach mal nicken. Das war's wohl. Er ist gegangen. Wie armselig. Oh, er hat draußen auf mich gewartet. Und ich hab's nicht kapiert. Wie blöd von mir. Herzklopfen erleben. Täglich tausendmal. Was ist mit dir? Neu.de. Deutschlands Singlebörse. Was ist mit dir?